Wow! Dort im zweiten Stock! Das große Eingangstor! Ist der erste Stock. Erdgeschoss zählt nicht. Dann eben in der ersten Etage. Oder zweiten Ebene. Vom Keller aus in der dritten. Jedenfalls das Tor. Das Einfallstor für Kapitalströme. Ja, schön verziert die Säulenkapitele. Umso höher, umso schöner von Stock zu Stock. Ja, die Zinsaufstockung gibt eine ganz andere Performance ab. Logo! Die Gewinnschätzungen müssen natürlich angepasst werden, damit die Portfolio-Manager nichts an ihrem Estimates ändern beim Deka Morning Meeting, sondern dem Markt ein wenig Alpha entreißen bei diesem Skyscraper Project. Einfach ein geiler Turm bis zum Himmel. Heier, heier, immer heier! Steuerabzugsfähige Gewinne in mega Ordnungen. Dort die rote Lichtreklame. Wow! Scharfe Frauengestalt! Die In-Augenschein-Nahme unterliegt diesbezüglich natürlich nur insoweit der Erstattbarkeit, als durch sie erstattbare Kosten erspart bleiben, insbesondere was den reinen Baustoff betrifft. Ein reinster Stoff von höchster Qualität. Das sind wir unseren Aktionären schuldig. And she is buying a star white to heaven. Quasi phänomenologische Beschreibungen dürfen keinesfalls den Begriff der Techno-Imagination dominieren. It takes me wonder. Wie bitte? Let Zeppelin more smurs. Als Kaufkraft völlig unadäquat. Bast schon. Göttliche Rendite oder drohender Interruptus. Hä? In der Gewinner-Performance. Shit and out. Non-leadset bowie. Kann nicht verstanden. Non-leadset bowie. Bunga bunga? Bunga bunga?